Hallo! Funda, toll schaust du aus. Schön dich hier zu sehen. Dankeschön. Was machst du auf der Inurgenta? Ich mag Schmuck sehr gerne. Sag mal, was hast du da? Sieht schick aus, ja. Ich habe nicht sehr viel Schmuck, aber den, den ich habe, den liebe ich außerordentlich. Und ich liebe, wie alle Mädchen natürlich, alles, was glitzert und glänzt. Bling, bling. Genau. Da siehst du ja genug, ne? Ja, ist echt genial. Überall, wo man hinschaut, blinkt es. Hast du dich schon ein bisschen umgeschaut? Nein, ich bin gerade erst reingekommen, habe so ein bisschen was hier gesehen und es gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Mir gefällt, dass es nicht so protzig ist. Das, was ich bisher gesehen habe auf dem Weg hierher, war nicht so protzig, nicht so riesig, sondern so ein bisschen zarter, etwas eleganter. Und das ist genau die Schiene, die ich auch mag. Ist doch dein Style oder was? Absolut. Es soll nicht so ein riesen Klunker auf dem Finger sein, der aussieht, als ob die Hand immer wieder nach unten drückt, weil alles so schwer ist. Das finde ich so unnatürlich. Ich finde es viel besser, wenn man sich damit bewegen kann und das irgendwie ein Teil von einem ist. Da kann mir keiner erzählen, dass ein riesen Klunker ein Teil von einem ist. Und jetzt bekämpfen wir jetzt ein bisschen wieder ab einzusch meille. Und tatsächlich ins tänker ich sowieso das Kerne bis hin zum Jahr Black. Irgendwie so gut. Und ich werde die Handel nicht wieder herausfinden. Vielen Dank.